Du beschreibst in einem neuen Buch die Highlights deiner 30 Füstenwanderung. Gibt es eines, das herausragt? Ja, mit Sicherheit die neueste Tour. Also im vergangenen Jahr war ich in der Sahara in Afrika unterwegs. Von links nach rechts durch Nordafrika, also von Agadir, Touristenort. Und ja, kennen viele vom Atlantik, also in Marokko, quer durch Afrika, durch fünf Länder der Sahara bis zum Nil nach Luxor in Ägypten. Und die Idee dieser Reise war eigentlich auf der ältesten und längsten Karawanenstraße Afrikas unterwegs zu sein. In 135 Tage war ich unterwegs, davon 3.800 Kilometer zu Fuß und per Kamel. 5.500 Kilometer ist die Strecke lang und der Rest dann mit Sammeltaxis und LKWs. Nun sind Wüsten ja sehr faszinierend, aber aufgrund der Trockenheit auch lebensgefährlich. Was zieht dich immer wieder in diese Region der Erde? Ja, viele Menschen, glaube ich, denken ja, dass die Wüste nichts weiter als eine riesige Sandkiste ist. Dem ist nicht so. Was mich da unglaublich anzieht, das sind zum einen die wunderschönen Landschaften, dann auch die Vielfältigkeiten der Landschaften. Also es gibt nicht nur Sanddünen, es gibt auch Vulkanschlote, Kiesfelder, wunderbare Wadis, Gebirgszüge. Man muss natürlich das einfach mögen, diese monokronen Landschaften. Was ich überdies wahnsinnig faszinierend finde, im Gegensatz in der Großstadt das Leben, das ist die Abgeschiedenheit, die enorme Stille und dann die Weite. Und wie kommst du mit der Einsamkeit klar? Meist bist du ja alleine auf der Reise. Ein großes Problem am Anfang, in jüngeren Jahren war die Einsamkeit. Mehr und mehr auch, besonders in den Nächten, ist das hier und da auch zur Belastung geworden. Es gab da dramatische Situationen bis hin zu Tränen und Wutausbrüchen. Aber mit der Zeit hat man das Umgehen mit dieser Einsamkeit gelernt. Und für mich ist es heute eigentlich wie so ein Akku, den ich einmal im Jahr brauche, den ich in dieser Einsamkeit und Abgeschiedenheit dadurch dann auch wieder aufladen kann. Und verbinden viele Menschen Wüsten mit Gefahr? Wie oft hast du dem Tod ins Auge geschaut bei deinen Reisen? Na ja, das ist so eine Sache. Also letztendlich gehe ich ja aus Begeisterung und Leidenschaft, sage ich einfach mal. Und letztendlich suche ich nicht das Abenteuer und auch nicht die Gefahr. Und vor allen Dingen bin ich auch nicht todessehnsüchtig. Es ist natürlich einfach so, dass viele Wüsten sich im islamischen Bereich einfach befinden. Und dann gerade die Radikalisierung des Islams, man ist damit zuweilen konfrontiert. Aber wenn man alles aufrechnet, muss man sagen, also über 90 Prozent waren toll mit den Menschen dort. Und nur 8, 9 Prozent waren eben halt negative Erfahrungen. Hast du ja gerade schon das Wort Abenteuer angesprochen. Du siehst dich ja nicht als Abenteurer, sondern eher als Nomade, der das Unterwegssein liebt und mit relativ wenig auskommt. Jetzt wohnst du hier in Hamburg, ja dahin gehen sie relativ im Luxus. Wie kommst du mit dem Kontrast klar und was ist dir eigentlich lieber? Früher war es ganz schwierig, so zwischen diesen Welten zu pendeln. Im Laufe des Alters habe ich eigentlich gemerkt, dass das natürlich A nur möglich ist mit einer tollen Familie, also mit meiner Frau und meinen beiden Söhnen. Wenn die das nicht so mittragen und unterstützen würden, wäre das absolut nicht möglich. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mich in der Wüste wohler fühle als hier. Ich schätze beides. Du sprichst in dem Buch ja auch über viel Persönliches. Deine beiden Väter, dein Stiefvater, deinen richtigen Vater und deine Frau Rita. Hattest du das Gefühl, dir etwas von der Seele schreiben zu müssen? Ja, so ein bisschen schon. Weil wenn man viele Bücher über die Reisen machen darf, dann bleibt aber viel im Verborgene. Man sieht eigentlich immer nur so das Exotische, das Spannende, das Tolle. Wir haben auch viele Bildbände gemacht im Laufe der Jahre. Ich hatte dann irgendwo mal die Sehnsucht, auch ein bisschen, nur ein bisschen so die Tür zu öffnen, dass manche Menschen auch wissen, hey, das ist doch nicht so einfach gewesen. Auch innerhalb der Familie vieles Traurige und auch viele bittere Erfahrungen, die man eigentlich zu überwinden hat, um diesen Weg einfach zu verstehen und zu gehen. Was kommt als nächstes? Ja, eigentlich habe ich gedacht, es kommt eine Riesenpause. Aber es hat mich im vergangenen Jahr so begeistert, auch zuweilen nicht allein unterwegs zu sein, auch hier und da in manchen Ländern mit Einheimischen, also mit Bedus und Arabern. Und insofern plane ich doch, muss ich sagen, schon wieder eine neue Tour. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr klappt, aber vielleicht sonst im nächsten Jahr. Auf alle Fälle wird es wieder nach Afrika gehen, in den Süden und voraussichtlich Thema wird sein die Kalahari und die Wüste Namib. Es gibt da eine alte, versunkene Stadt und ich will mich so ein bisschen aufmachen, die vielleicht zu finden. Ja, wünsche mir viel Glück und viel Spaß und Erfolg. Danke.